Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren, ja es wurde sich schon gewünscht, nein kein Duft-Test, es tut mir leid, ihr habt es auf dem Thumbnail gesehen, aber zu einem weiteren Hygiene-Deo-Test auf dem Kanal. Wir schauen uns heute mal, wir haben uns von Ombia schon ein paar angeschaut, wir schauen uns heute das Ombia Man Sport, Anti-Transparent, sportlich und frisch, dreifach Schutz, frische Deo-Schutz und Pflege, 24 Stunden Deo-Schutz an. Und dann, bam, das Ganze ist vegan in diesem klassischen Ombia-Stil, der mir sehr, sehr gefällt, ich glaube das soll so einen Planeten darstellen, hinten haben wir dann noch so ein Planetchen mit so einem Lichtchen und hinten dann so Sterne, verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber ich finde das Design, wenn man es sich genau anschaut, wenn man so vorbeiläuft, denkt man sich, okay, so schwarz und so Strichen und so, aber finde ich sehr nice. Ombia Man ist vegan, Rezeptur ohne Mikroplastik, alles in so einem orangenen Stil gehalten eben, veganer Sport, ich weiß nicht genau den Zusammenhang, aber haben die halt so designtechnisch so gemacht. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an, soll ein Sport-Deo sein, ich habe natürlich ein paar Infos noch rausgeschrieben, die wichtig sind, aber wir gehen jetzt erstmal auf die Rückseite ein und schauen mal, was da so Tolles steht. Ombia Man Sport 24 Stunden Intensiv-Deo ist ein sportlicher, pulsierender, was? Duft gepaart mit einer leistungsstarken Formulierung, Alter. Ombia Man Sport 24 Stunden Intensiv-Deo, kann ich das so in die Beschreibung packen oder schreibe ich mich auf Sport-Anti-Transpirant? Naja, Ombia Man Sport 24 Stunden Intensiv-Deo schützt zuverlässig 24 Stunden vor Achselnässe und Körpergeruch. Auch sehr nice, obwohl ich sagen muss, in den meisten Fällen, nicht meinetwegen immer, auch wenn mir gerade keine Ausnahme einfällt, aber ich bin auch kein Mediziner, aber in den meisten Fällen sind ja Achselnässe, Schweiß, Körpergerüche, sagen wir was aus über den Körper. Also der Körper macht ja nicht einfach so etwas. Also entweder ist er genetisch so dafür veranlagt, aber einfach so macht der Körper ja nichts außer unserem Leben so gut wie möglich zu erhalten, sage ich mal. Ja, gefahrextrem entzündbares Aerosol, natürlich wichtig, nicht in Feuer halten oder nicht in Feuer schmeißen oder nicht, wie man es so kennt, mit Feuerzeug hier so rumsprayen. Für mehr Infos ist natürlich Aldi Süd bzw. Aldi Nord, also ich glaube Aldi Süd und Aldi Nord, Eigenmarke, glaube ich jetzt, verbessert mich da bitte auch. Also ich habe es bis jetzt irgendwo anders gefunden, ich habe es dort gefunden, hier steht es hinten auch drauf, also für mehr Infos hergestellt. Hergestellt ist das Ganze auch in Deutschland direkt, auch cool, von der Dalli Werke GmbH und Co. KG in der Zweifahlerstraße 120 in Stohlberg. Schöne Grüße an Aldi Stohlberg. Und wir kommen vor Gebrauch gut schütteln mit einem Abstand von ca. 15 cm in die Achselhöhe sprühen. Halt Düse verstopft mit warmen Wasser ausspülen, auch wieder was gelernt, cool. Dann kommen wir jetzt mal zu den Ingredients, zu den Inhaltsstoffen. Da auch, ich tue ja jedes Hygieneprodukt von ToxFox, das ist so eine staatseigene App, kurz mal abchecken. Und die haben da was ziemlich Uncooles entdeckt. Und nicht nur die, sondern auch andere Plattformen, mit denen ich so Hygieneprodukte analysiere. Ich habe es aber selber noch nicht drauf gefunden. Ich will es euch trotzdem mal sagen, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht drauf gefunden. Nämlich Butylhydroxytolol. Was? Butylhydroxytolol. Butylhydroxytolol. Mann, was denn das für Wörter? Auf jeden Fall ist ein Inhaltsstoff, der sehr hormons ist. Also die Hormone im Körper schädigt, also Schilddrüsenhormone, Fruchtbarkeit etc. Und ist gar nicht gut. Also wirkt sehr toxisch darauf, was halt gar nicht gut ist. Und wir haben noch als mittelschlimmen, also finde ich auch schlimm, weil es einfach ein toxisches Metall zumindest für den Körper ist, Aluminiumchlorohydrate und die sind auch wirklich drin. Also ja, ist ein toxisches Metall. Und falls, ich weiß nicht, ob es in Form von Butan ist oder in irgendeiner anderen Form, aber so steht es, dieses Butylhydroxytolol steht so nicht drauf. Deshalb entweder haben sie es raus oder es ist noch drin, aber eben in einem anderen Wort verpackt. Eine Sekunde. So, Entschuldigung, ich wurde gerade angerufen. Jetzt geht es weiter. Also Aluminiumchlorohydrate ist halt ein toxisches Metall für den Körper, wie ich gesagt habe. Deshalb, nicht so schlimm wie dieses Butylhydroxytolol, aber trotzdem auf jeden Fall schlimm. Und deshalb, Yuki zum Beispiel, das ist auch so eine Produktbewertungsplattform, gibt den ganzen 5 von 100 Punkten. Also sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, ich komme jetzt zu den Inhaltsstoffen und dann schauen wir mal, was ich zu der Gesundheit hier sage. So, wir haben einmal Butan, wie wir es kennen, und Propan. Dann haben wir Aluminiumchlorohydrate, Isopropylmyristate, Oktildodecanol, Triethylcitrate, Parfum, C12-15-Alkylbenzoate, Sodiumstarge-Octenylsucinate, also Natriumstärke-Octenylsucinate, Disterdämoniumhectorite, Propylenekarbonate, Limonene, also Allergene, also halt, ja, Allergene, aber auch so Duftaromastoffe, Linalol, Manitol, Alkoholcumarin, Silizia, Alpha-Isomethylionone, Tamarindusindicacidgum, Okay, Tamarindusindicacidgum, Benzylalkohol und Eugenol. Das sind die Inhaltsstoffe und für mich jetzt als Gesundheitsnote eine 4. Es ist für mich keine Hygieneempfehlung, in dem Sinne, weil wegen dem Aluminium einmal, aber okay, das hat wegen dem Antitranspirant, das ist eigentlich was anderes, außer Aluminium gibt es da, glaube ich, nicht, oder? Wenn, dann werden wir es noch finden. Und wegen diesem Butylhydroxyltolol, also wenn sie es raus haben, cool, wenn nicht, dann auf jeden Fall die 4, wenn sie es raus haben, würde ich sogar eine 3+, oder 2- geben, aber vielleicht ist es wirklich irgendeiner von den Stoffen, nur halt mit anderer Beschreibung. Deshalb Gesundheitsnote 4, keine Gesundheitsempfehlung, aber wir schauen uns natürlich auch noch an, wie das Ganze duftet und check mal die Lage. So, aber ich tue es am besten echt in die Achsel zu spüren, weil kein Bock ist, irgendwie meine Atemwege stark zu kriegen. So, jetzt schwitzt. Boah, ein bisschen Aluminium in die Lunge in die Wege. Ne, also es riecht, es riecht, hat so etwas Sportliches, leicht Rustikales, also, oh, an was erinnert mich das? Ja, so ein Sportdeo, aber so ein bisschen dunkler, also das passt schon nicht so ein klassisches Freshdeo, sondern eben so ein Sportdeo, so ein bisschen dunkler gehalten. Ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben soll. Ja, ein gutes Sportdeo vom Duell, vom Geruch auf jeden Fall. Also, Duftnote würde ich jetzt eine 2+, geben, ist nice, aber am Ende trotzdem keine Gesundheitsempfehlung für das Ambient Sport Antitranspirant. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr damit habt, würde mich interessieren. Und ansonsten, Leute, bleibt immer schon gesund, bleibt immer schon happy und wir sehen uns morgen, ja, morgen wieder. Ich wünsche euch was, bis denn, und ciao, ciao. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.